Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge dark souls für die nintendo switch und ja was soll ich sagen wir befinden uns hier im dlc und haben jetzt die stadt ola seal hinter uns gelassen hier ist das feier und ja wir gehen einfach mal in diese richtung weiter was ist was wir da so finden hier sind wir wieder sehr dunkel man kennen schlund des abgrund selbst fies an unsere abgrundschreiter und abgrundschreiter ring ich weiß es nicht wir gehen hier längs gucken mal nein ja Hier sind diese komischen Viecher da hinten. Und einige davon. Oh. Oh. Oh nein. Okay. Da hat uns das ein jenes schnelles Ende gefunden. Da ist ein Magier da hinten. Ein blöder, böser Magier. Na gut. So ist es. Macht nichts. War jetzt Gott sei Dank nicht ganz so weit. Was für uns gut ist. Schauen wir mal. Mach mal durch da. Muss vorsichtiger sein. Hier sind unsere Sachen. Nur kurz. Und dann müssen wir die vielleicht ein bisschen anlocken hier. Nee. Treib ich den so schlecht? Anscheinend. Mal. So. Mütiges Timing. Wollen wir noch mehr anlocken? Bestimmt, ne? Oh. Okay. So geht's auch. Ich muss kurz mal heilen. Ujojojo. Da liegt wie eine Leiche. Und dann holen wir den anderen auch nochmal an. Oh nein. Was machst du denn da? Es hackt. Gescheuert war das dann wieder sehr. Na gut. Leid uns nochmal. Mann, ganz schön. Die Schaden teilen ganz gut aus. Ne. Die teilen ganz gut Schaden aus. Das wäre der Mage sein da hinten. Glaube ich. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hinrennen. So. Plündern wir sie mal. Eine grüne Scherbe. Okay. Finstere Träne. Erstmal angucken hier, ob es noch irgendwelche anderen Wege gibt. Hier nicht. Hier auch nicht. Aber hier bestimmt, ne? Geht sie mal weiter runter? Hm. Geht sie mal weiter runter? Oh. Okay. Geht sie mal hier längs? Und hier noch irgendwas? Aber hier liegt nix. Wo reinhauen? Natürlich nicht. Okay. Okay, ähm. Rutscht da langsam runter. Uh, was ist das da unten denn? Da unten liegt auf jeden Fall eine Leiche. Was schwebt denn da? Oh. Was ist das? Richtig viele. Und mal einen anschießen. Probieren wir mal. Treffen? Wurische Viecher. Treffen kann ich die nicht. Doch. Natürlich nicht viel Schaden hier. Trotzdem. Ich muss mal sehen, was passiert, wenn er stirbt. Was ist denn das? So eine Art Geister? Vielleicht legt man eine gezackte Klinge gleich. Ich weiß nicht weiter, oder? Okay. Viel Leben verteilen die nicht. Äh. Viel Seelen geben die nicht ab. Gut. Die müssen wir hier weiter. Noch greifen die mich ja nicht an. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Einfach kann ich da auch runter springen. Das machen wir jetzt aber nicht. Noch ein bisschen Angst vor denen. Äh. Können wir hochschweben zu mir? Anscheinend nicht. Wir können hier hochkommen. Oh, oh. Wir müssen hier hochkommen. Doppelmenschlichkeit! Doppelmenschlichkeit! Oh cool! Oh nein! Ich sag mal kurz nach oben. Geh gleich wieder runter. Heieiei. Aber... Ich hab nochmal Menschlichkeit gedroppt. Das ist natürlich ganz geil. Besser als bei den Ratten. Und diese blödige Gacker dahinten kommt ja schon wieder. Da sind noch verdammt viele. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich nicht herangehe. Da. Doppelmenschlichkeit. Aber eh nicht schlecht. Aber die droppen nicht so viel. Aber ein bisschen haben die ja schon gedroppt. Ist ja schon nicht schlecht für mich. Die Wahrscheinlichkeit war jetzt gar nicht so super hoch. Aber... ...noch nicht gerade so super gering. Also von daher... Heilen wir es mal kurz. Und gehen weiter. Ach, ich wollte nicht doppelt heilen. Danke. Das ist ab und zu, da vergisst man auf einmal umzuschalten. Das ist natürlich sehr blöde. Wie kommen wir denn zu denen da hoch? Ich hör auf jeden Fall merkwürdige Geräusche. Und der Gag ist, dass es wieder so ein Sarg, wenn man runterrutschen kann. Wie beim Gerab der Riesen. Ich raue mich da gerade nicht runter. Gehen wir trotzdem noch kurz hier hoch nochmal. Gehen wir hier links. Oh! Okay. Das war ein Boden, der diesmal anders war. Was ist das? Was war das denn? Gehen wir da mal weiter? Ist ja fies. Ist jetzt schon wieder so eine Katze. Kein Plan, was das soll. Sieht so ein bisschen aus wie die Katze, die wir im ersten Wald mal gefunden haben. Wo wir mit der reden konnten auch. Aber. Aber. Oh. Oh. Wie kann ich mich durchgehen, dann finde ich ein bisschen Leben, würde ich sagen. Nein. Was? Hab sie schon wieder weg? Ich war wieder dicht dran. Ähm. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Kann ich hier irgendwo runter? So ein Lichtding. Vielleicht kann man da irgendwo runter? Nein, da geht es runter. Okay. Eieiei. Ich traue mich gar nicht weiter zu gehen, muss ich es so geben. Da geht es auf jeden Fall hoch. Ah, okay. Die Stelle, wo ich gerade eben nicht hingekommen bin. Menschlichkeit nochmal. Okay, wir gehen trotzdem nochmal hier längs. Und ich glaube, da unten ging es auch noch weiter, oder? Oder habe ich es falsch geguckt? Da geht es auch weiter. Das ist so eine bedrohliche Soundkulisse hier irgendwie. Finde ich. Da kommt noch so ein Geist. Oh, schnell zurück. Oh, schnell zurück. Nein. Da dürfen nicht so viele kommen, weil ich da merke, man... Oh. Kann ich was einsammeln hier? Menschlichkeit. Das ist natürlich ganz geil, wie viele Menschlichkeiten man hier bekommt. Wollen wir mal Geister? Umgehen. Wie die Geschichte hier rüber jetzt ist über diese Viecher, weiß ich halt nicht. Würde mich aber auch mal interessieren. Nein. Okay. Endlichkeit. Noch jemand? Schwarze Flamme. Okay. Ähm. Na hier noch mehr? Ich trinke mal hier was. Man weiß ja nie. Ich gehe jetzt nur noch runter. Okay, gehen wir wieder auf. Was? Ne. Ne. Dann gehe ich ja wieder hoch. Ei, ei, ei. Das war ja auch... Ich mag dieses Dunkle, mag ich ja nicht, ne? Hab ich schon mal erzählt. Oh, wir gehen hier. Ne, da sind wir von hier gekommen. Äh, da sind wir... Wiesen haben diese Seele geholt. Das Dunkle mag ich nicht, irgendwie. Das ist mir nicht so geheuer. Ich weiß eigentlich warum. Mal reingehen. Einen Fahrstuhl. Testen wir den mal. Hier ist ganz schön hoch. Wollen wir das kennen. Irgendwo her. Hier. Ach, was. Das ist ja abgespaced. Das ist mal ne coole Abkürzung. Sehr cool. Okay, ähm. Mal kurz zu ihm hier gehen. Das ist ne geile Abkürzung, um sich zugeben. So. Gib doch mein Herz mal einen Schubs. Hahaha. So. Was hat er denn noch? Ist wohl irgendwas man kann kaufen eigentlich? Ich glaube ich brauche nichts, ne? Das habe ich. Das habe ich. Ich habe gehört, dass der Abyss ihn ihn erst gefunden hat. Aber auch immer noch. Das ist absolut schrecklich. Ja, so großartig. Ja, ja. So lang. So lang. Okay. So. Jetzt gehen wir nochmal in der Arena, denn... Angeblich soll ich ja jemanden treffen dann in der Arena. Weiß aber nicht, ob ich dafür menschlich sein muss oder nicht. Gehen wir mal rein. Ah. Da ist die Person. Woher sollen wir reden? Du? Ist das nicht... ...the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Oh. Geben wir die? Oder killen wir sie? Wenn ich jetzt gebe, dann ähm... Hat mir... ...jemand ja geschrieben, dass ich sie ihre Waffe bekomme. Wenn ich sie töte, bekomme ich doch auch die Waffe. Also im Endeffekt ist das doch egal. Ja, natürlich. Ich muss nicht presumptvoll sein. Artorius würde nicht erlaubt haben. Haha. Ihr Menschen. Sie nehmen immer was Sie bitten. Dann... ... bumped. Echt? ja auch nein da oh jetzt fängt was Mist so aber wie mit meinem Schwert so was haben wir denn da Dunkelsilberstrahl und Goldstrahl und wir kriegen Porzellanmaske Fürstlingrobe, Fürstlinghandschuhe klicken, wo ist noch mal gerade andere, die Scheiße Dunkelsilber ok oh es ist richtig gut Dunkelsilberstrahl wo ist das andere durch hier nicht gefunden Dunkelsilberstrahl war da noch ein Licht ein Licht oder sowas oder war ich jetzt verkehrt was ist da gelesen gerade eben Holzstrahl da ok weiß nicht ob ich mit den Waffen jetzt arbeite aber die sehen ja schon mal ganz nice aus so so wie war die Rüstung normal normal naja ja fürstling Blutverschmiertes Schrumpfohäu, über den geschuldigen Schamnis andenken. Wer die Götter verhöhnt, die Strafen, die Fenstermontlingen, die losen Leichen bleiben zurück. Gut. Gehen wir zurück. Wir können auch erstmal hier nochmal hingehen, oder? Ne. Doch, wir gehen nochmal hier hin. Ne, wir gehen hier hin. So. Schauen wir doch mal ganz kurz. Hier soll es nochmal einen anderen Weg geben. Den suchen wir gleich. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. Ich goddamn fais. ן teleportier. Ich salute seus. Und bis dahin. Ich freue mich. Masse ich. Und bis dahin. Das soll sagen. Ich denke. Y��